Hallo, ich bin Octavian. Ich bin 10 Jahre alt. Ich präsentiere meinen ersten Ansehen. Das ist mein Trainingsanzug. Gerne Farbe. Das Training ist dunkelblau. Das ist mein blau T-Shirt und die Hosen sind schwarz. Ich präsentiere meinen zweiten Ansehen. Das ist mein gestreift T-Shirt. Die Farbe. Das T-Shirt sind weiß, grau und grün. Und das sind kurte Jeans. Die Farbe der Jeans ist blau. Ich präsentiere meinen zweiten Ansehen. Das ist mein Pyjama. Das ist meine Bluze. Die Farbe der Bluze sind grün, schwarz, blau und orange. Und das sind meine grau und schwarz Hosen. Tschüss.